Willkommen zu einer neuen Runde BW. Heute mal wieder auf Oldschool Basis auf Team Kyudo. Ja, okay, eigentlich haben die nur die Map von Team Kyudo geklaut, aber das ist ja nebensächlich. Ich springe instant runter. Das ist eine stabile Leistung. Ja, also mit dabei ist Tim. Morgen. Wie macht der Shop eigentlich so absolut queer der Emote? Ich habe mir gerade wirklich anderthalb Stacks Blöcke gekauft, um dann runterzulaufen. Darf ich mir selber gratulieren, Tim? Ja, darfst du. Und mich fuckt es auch ab, dass wenn man auf die 1 Hotkey zum Beispiel, aber auf der 1 noch was hat, dass das dann nicht auf die 1 gelegt wird. Oh, aber das... Also jetzt ganz ehrlich, abgesehen davon, dass die Map gefakt ist, ähm, gibt mir das schon so dieses Oldschool Kyudo Feeling, wo du wirklich 1 Stack bis nach Mecha gezogen hast. Wenn ich die 9, wenn ich das auf die 9 legen will und auf der 9, selbst wenn auf der 9 nix ist, äh, heult der rum. Achso, by the way, wenn ihr das seht, ich will YouTuber Kapper. Hä? Oh, das konnte ich früher mal mehr. Hallo, was wird denn das? Hallo? Bist du ein *** oder bist du ein ***? Nö, ich dachte eher, ich bin deine Mutter. Nein, schade. Dich, hätte ich echt keinen Bock. Also darfst du dich mit dem ansprechen, muss nicht Gott sagen. Nee, ich darf dich mit Missgeburt ansprechen. Yo, Junge! Ja, ich drück gerne, als würde ich drücken, aber dann drück ich tatsächlich nur so, als würde ich drücken. Nee, ich bin raus. Tschüss, bis morgen, das war's mit dem Video. Lasst 40 Likes da. Danke. In meinen Videos könnten mehr Likes und mehr Abos und mehr Kommis und mehr alles vertragen. Ich dachte, wir boosten hier meine Stats. Hallo? Was wird denn das jetzt hier? Wer? Wir haben abgemacht, dass wir meine Stats boosten. Dann boosten wir halt deine Stats. Danach haben wir beide einen Bum. Ja, ja, ich weiß schon. Kann ich das scheiße mal aufhören, diese Dreximodes zu machen? Das fackt mich so ab. Ja, also so der aber ab. Du kannst es ja genauso auf dem Server vortragen. Ich kann nicht bestimmt zu einem Appen reinmoven, ich kenne hier ein paar. Also wenn man es genau nimmt, ich kenne auch ein paar. Es bin nur nicht gut, es ist so gut auf mich zu sprechen. Oh, Digger, weißt du, wie knapp das war? Hä? Als ob ich dich nicht gehittet hab? Ich dachte, wir boosten meine Stats. Ja, machen wir ja auch. Du hast doch sowieso einen Bann auf dem Dings. Okay, mein Freund. Der Shop wird mir in der Tablets als Spiel angezeigt. Glückwunsch. Oh, ich hab ne Idee. Komm mal in eine Runde CS rein. Oh, ich hab auch Bobo Baumstamm gefunden. Ist ein guter Kollege von mir. CS go first to minus 40. Wer als erster minus 40 Runden hat. Wer als erster oder was? Ja, aber das ist ja etwas, was es hier auf diesem Nicen Server gibt. Och nee, du hast noch Bobo Baumstamm. Hä, Moment. Hä, oder warte, bin ich jetzt los oder sind die los? Ich muss es noch herausfinden. Weißt du, ich will dir ja mal nichts sagen, aber die Map ist absolut scheiße gebaut. Ich weiß, dass ich mich immer noch frage, ob das... Dust, ob das... Ne, das kann nicht Old Dust sein, das kann aber auch kein Dust2 sein. Das sieht mir eigentlich nicht wirklich nach Dust1 aus. Hallo. Es kommt mir irgendwie vor wie eine Mischung aus Dust2 und Dust. Es kann eigentlich nicht Old Dust sein vom Aufbau her, aber es kann halt eigentlich auch kein Dust2 sein. Yo, Junge. Und ich find's immer noch den größten Fail, dass du als... Dass es unabhängig von deinem Team ist, was... Ja, sowas hättest du gerade in dem CSGO-Modus halt einfach durchblicken müssen. Ey, was macht... Was macht Bambo Baumstamm hier? Hey. Pisch dich, Alde. Wo siehst du, dass es 1 zu 1 steht? Scoreboard ganz oben. Ach, lol. So von den Afterplant-Positions muss das eigentlich definitiv... Dust2 sein? Weil Old Dust anders ist, aber... Es kann halt eigentlich auch nicht das... Äh, es kann eigentlich auch nicht Old Dust sein, weil das 2 anders ist. Ich hab... Ich hab... Es ist... Sprachen lernen. Geh doch jetzt einfach zu Bi, du dummer Spaß. Okay, das heißt, ich hab gewonnen. Wer drei Hunden zuerst hat... Wollen wir disconnecten oder wollen wir disconnecten? Ja, ich hab keinen Bock mehr auf Bobo. Bobo, wenn du das siehst, dann hafte du mich abonnierst, mach die Glocke an, dann verpasst du keine Videos mehr. Wenn euch das Video mit diesem Autisten hier gefallen hat, der gerade meint, er kann keinen Block nach links oder nach rechts gehen, lass doch gerne... Wie viele Likes haben wir sehen? Ähm, 257.396. Ähm, lass doch 257.396 Likes da. Würde mich mega freuen. Checkt unbedingt meine anderen Socials ab, also mein Twitter, Insta und Twitch. Tim, willst du noch was sagen? Nein. Sicher? Push dein YouTube, danke. Leute, pusht mal mein YouTube auf Twitter, so rum wird ein Deal draus, aber ich... Wie... Nee, also für mehr... Mehr als Daily Videos schaff ich zeitlich nicht. Und schon Daily Videos schaff ich zeitlich oft nicht. Also eigentlich irgendwie... Ja, dann mach doch einfach den Johannes und bring 5 Videos am Tag. Na dann Leute, bis dahin. Ciao. Tim, du darfst noch Joe sagen. Der Penguin lässt grüßen. Ich soll mein YouTube pushen? Ja. Wie soll ich mein YouTube pushen? Ja, indem du Videos machst. Ich mach Daily Videos. Ja, genau. Ja, ich bleib bald, ciao. !